Die Firma Serif hat nach einer langen, langen Entwicklungspause nun endlich ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Mit Affinity V2, also der nächsten Generation Affinity, kommen echt langersehnte Features zum Einsatz. Die Firma Serif hat da tatsächlich auf die Community und das Feedback gehört und dementsprechend das eine oder andere richtig, richtig coole Update mit reingebracht. Aber ist Affinity 2.0 sein Geld wert? Das zeige ich euch heute im Video. Und die neuen Funktionen von Affinity Designer, das ist nämlich das Programm, was wir uns heute anschauen werden und das Programm, was ich am meisten benutze. Also viel Spaß mit dem Video. Affinity setzt hier wieder auf das altbekannte Bezahlmodell, belangt für ihre neuen Produkte einen festen Preis und verzichtet gänzlich auf ein Abo-Modell. Das zeigen sie hier ganz offensichtlich, denn das ist nämlich die Werbebotschaft. Version 2 ist da, alle Apps, alle Plattformen, kein Abo. Aktuell zahlt ihr für eine neue Version Affinity einen festen Preis mit einem Rabatt von 40%. Ursprünglich war es so, dass ihr jede App einzeln kaufen musstet. Das geht heute immer noch. Tatsächlich, wenn ihr hier weiter runter scrollt auf der Seite, findet ihr alle einzelnen Apps. Mit der 40% Rabattaktion. Mit der Affinity V2-Universallizenz bekommt ihr nun für einen festen Preis alle Produkte für alle Plattformen. Einmal bezahlen und alles ist drin. Zahlt ihr also nun den einmaligen Kaufpreis, bekommt ihr Affinity Designer, Affinity Photo und Affinity Publisher, jeweils für macOS, Windows und iPadOS. Auf Android funktioniert Affinity leider nicht. Was auch hier ganz, ganz neu ist, ist Affinity Publisher 2 für iPadOS. Das gab es nämlich in der Vorversion auch nicht. Und für alle, die Affinity Designer 1.9 und kleiner haben, sorry, aber das Update gibt es leider für euch nicht kostenlos. Somit müsst ihr euch, wenn ihr euch für die neue Version entscheidet, dementsprechend auch das Geld parat legen. So Leute, schauen wir uns nochmal die neuen Funktionen im Detail an. Hier zum Beispiel sehen wir nämlich schon den neuen Startscreen. Dort bekommt ihr nicht nur euer Konto, sondern tatsächlich auch die Vorlagen schön sortiert nacheinander gegeben. In der Vorgängerversion sah das ein bisschen anders aus, aber im Grunde genommen kommt ihr hier zurecht. Es gibt aber tatsächlich eine neue Funktion, die ihr im Vorfeld schon auswählen könnt. Und das ist neben Layout, Farbe, Render und Anschnitt, das sind die alten Funktionen, Skalierung, das ist eine neue Funktion. Dort könnt ihr tatsächlich eure Zeichenmaßstäbe jetzt einbetten. Das heißt also, wenn ihr irgendwas braucht, was ihr nach Maßstab designen müsst, könnt ihr hier dementsprechend anklicken und hier diverse Maßstäbe auswählen oder einen eigenen Maßstab einbetten. Außerdem haben wir ein bisschen was am Design geändert bekommen. Nicht nur die Symbole sehen jetzt ganz dezent anders aus, sondern die sind jetzt auch etwas stärker eingefärbt und zeigen euch, dass man ein bisschen was an den Symbolen gemacht hat. Es muss ja ein bisschen neu wirken, aber im Grunde genommen sieht man hier schon die Parallelen zum alten Programm. Ich werde jetzt nicht das einzelne Werkzeugchen nochmal durchgehen, sondern tatsächlich wirklich nur die neuen Sachen mit euch besprechen. Denn die anderen Sachen findet ihr im Update-Video zu 1.9. Da habe ich nämlich nochmal ausführlich erklärt, was da damals alles neu kam und habe jedes Symbol mit euch besprochen. Das findet ihr bei mir in der Playlist oder ich verlinke es euch jetzt hier oben irgendwo. Dann könnt ihr da nochmal reinschauen. Mitunter wurde nicht nur das Design angepasst, sondern tatsächlich auch ein bisschen was an den Ebenen. Das sieht jetzt auch ein bisschen anders aus. Ich zeige euch das mal hier in der Nahaufnahme. Bei den Ebenen haben wir nämlich jetzt Symbole vor den einzelnen Elementen. Hier habe ich halt Gruppen, ganz klassisch. Es gibt auch kein Auge mehr, um die Sichtbarkeit zu ändern, sondern einfach einen Punkt. Dort könnt ihr dann dementsprechend draufklicken und die Sichtbarkeit ist weg. Und wenn ihr jetzt was in Kurven habt, also eine vektorbasierte Grafik, dann ist vor dieser Grafik auch ein K. Somit ist später in der Sortierung und in der Durchsuchung immer schnell erkennbar, was für eine Grafik ihr hinterlegt habt. Sei es eine Pixelebene, das mache ich jetzt auch nochmal, mit so einem Pixel davor. Sei es eine normale Ebene mit so einem Ebenensymbol davor oder dementsprechend eine Vektorgrafik. Richtig cool. So, aber gucken wir uns jetzt tatsächlich einmal das Slice-Werkzeug an. Das ist das Messer und wenn wir jetzt hier auf unsere Sachen gehen, ich gehe mal hier gerade auf das S von Tutorials und gehe hier einfach mal kurz rein, kann ich jetzt mit dem Messer einfach hier ein Stückchen rausschneiden. Das Ganze wird jetzt auch sogar separiert. Das heißt, ihr braucht es nicht selber separieren oder es ist keine Kopie aus dem Schnitt, sondern es ist wirklich ein Einzelteil. Und dieses Einzelteil könnt ihr jetzt noch verformen oder dementsprechend einfach auch rausnehmen. Eine weitere neue Funktion ist der Formkonstrukteur, den kennt man von Adobe unter Shape Building Tool. Damit könnt ihr nämlich jetzt eigene Formen erstellen auf Basis mehrerer Formen. Ich zeige euch das mal. Ihr klickt das Ganze hier einfach mal an und ich habe hier schon eine Grafik vorbereitet. Ihr seht, es wird eine Art Affinity-Rad oder zumindest kann man es erahnen. Das Ganze kriegen wir nämlich hin, indem wir jetzt nun folgendes tun. Ich habe jetzt hier diese vier Ringe unter meinen Ebenen, die markiere ich jetzt einmal alle und kann jetzt durch den Formkonstrukteur dementsprechend mir hier Ebenen bzw. Bereiche, die sich überschneiden, aussuchen. Wir wollen diese ganze Grafik ja als Infinity-Loop bauen. Das heißt, ich brauche hier diverse Elemente. Ich nehme jetzt also hier diesen grünen Bereich, klicke den einfach an und ihr seht, das Ganze wird jetzt schraffiert. Das heißt, das Element ist auf jeden Fall schon in meiner Vorauswahl drin. Und gehe jetzt auch über die anderen Elemente, sodass wir dementsprechend dieses Infinity-Symbol einmal komplett markiert haben. Ihr müsst es aber nicht einzeln anklicken. Ihr könnt das auch folgendermaßen tun. Ihr könnt einfach mal durchzeichnen. Wir müssen hier anfangen. Das große Element. Ziehe das hier einfach mal rüber. Gehe hier so lang. Gehe einmal hier rum und fertig. Wenn wir das Ganze jetzt aus diesem ganzen Segment hier ausschneiden wollen, gehen wir hier oben auf diese kleine Auswahl. Neue Formen aus ausgewählten Flächen erstellen. Zack. Und habe jetzt hier das Infinity-Rad soweit fertig. Ihr seht hier eine neue Kopie in den Ebenen. Ich ziehe das mal gerade raus. Und schwupp haben wir das Ganze hier ready. Also Formen-Konstrukteur war wirklich das, was auch gefehlt hat. Weil das Shape-Building-Tool von Adobe ist schon ein Game-Changer. Und endlich haben wir es hier auch. Ihr könnt auch diverse Sachen noch rausziehen aus den ganzen Elementen. Ihr habt nämlich hier einmal ein Minus-Symbol ausgewählte Flächen aus Objekten löschen. Als auch das Erstellen von den Objekten. Da müsst ihr euch mal ein bisschen durchfinden. Ich zeige euch auch mal in den kommenden Videos, was man damit alles anstellen kann. Die nächste kleine, aber feine Änderung ist die Steel-Pipette. Wir haben nicht nur die Farb-Pipette, wie sonst üblicherweise, wo wir Farben kopieren können, sondern wir können jetzt auch tatsächlich Stile kopieren. Das war vorher ein bisschen umständlich, indem ihr halt mit Copy und einem Shortcut oder hier oben über Bearbeiten und Steel übertragen das Ganze übertragen habt. Hier könnt ihr es jetzt super simpel machen. Ihr nehmt einfach die Steel-Pipette, nehmt euch hier ein Steel, in dem Fall meinen Stern, drückt ihr einmal drauf und ihr seht, die Pipette hat sich umgedreht. Und dann setze ich den Steel einfach auf das nächste Element. Dann können wir das Ganze auch weiter vervollständigen und sogar auf eine Schriftart funktioniert es. Da müsst ihr aber gucken. Ihr seht, hier hat sich das ein bisschen anderweitig dargestellt. Da müsst ihr noch ein bisschen nachjustieren. Aber wenn die Schriftart als Vektor eingestellt ist, dann bekommt ihr natürlich auch den Stil, den ihr vorher kopiert habt. Im Übrigen gibt es hier noch zur Steel-Pipette ein paar Attribute. Ihr müsst also nicht alles aus eurem Steel kopieren, sondern ihr könnt explizit sagen, was ihr kopiert haben wollt. Entweder alles oder nichts, warum auch immer. Konturen, Füllung, Ebenen, Deckkraft, Ebenen, Effekte, Zeicheneinstellungen, Absatz-Einstellungen und Objekteinstellungen. Sprich, das, was ihr nur braucht als Steel, das nehmt ihr euch auch. Bei mir ist nämlich alles eingetragen. Als nächste kleine Änderung haben wir hier das Maßstab-Werkzeug. Es sieht aus wie ein Lineal und darunter verbirgt sich noch ein weiteres Menü mit dem Flächen-Werkzeug. Beim Maßstab-Werkzeug ist es so, wenn ihr eine gewisse Form habt, ein Bild, wo Elemente drauf sind, Möbel, hier in dem Beispiel, zum Beispiel so eine Tür oder so ein Garagentor, könnt ihr jetzt hier mit dem Lineal-Werkzeug und dem passenden Zeichen-Maßstab, den ihr eingetragen habt, Werte rauslesen. Ihr könnt hier also nun eine Linie ziehen und ihr seht hier bei mir 1,624 Meter. Ist der Maßstab korrekt eingetragen, bekommt ihr hier diverse Maßberechnungen, die ihr für weitere Elemente, Dinge, die ihr designt, für Formen, für Fahrzeuge zum Beispiel auch ganz cool oder für solche Sachen einfach mal auslesen könnt. Im Flächen-Werkzeug bekommt ihr, wie der Name schon sagt, eine Fläche austangiert. Wenn ihr jetzt also nun einen gewissen Maßstab eingetragen habt und das könnt ihr hier oben nochmal korrigieren, könnt ihr dann auf euer Symbol gehen oder beziehungsweise auf euer Bild, klickt das hier an und ihr bekommt dann zum Beispiel eine Längenangabe wie hier. Wie lang ist also dieses Element? Ihr könnt hier aber oben unter Umfang-Modus das Ganze nochmal abändern und könnt dann hier nochmal hingehen und bekommt dann dementsprechend die Fläche in Quadratmeter. Auch sehr, sehr interessant, sprich, wenn ihr wirklich da Designs machen müsst, die passgenau auf Formen, auf Möbel, auf was auch immer platziert werden müssen, dann nutzt doch gerne dieses Werkzeug. Eine kleine Änderung, aber viel, viel wert. Gerade für die Leute, die danach alles in den Druck geben und es muss 1 zu 1 passen. Kommen wir jetzt nun aber zu meiner neuen Lieblingsfunktion und das ist das Gruppenverformen. Es gibt ein neues Symbol hier unter Ebenen und zwar ist es das hier, ich mache mal die Kamera dafür kurz weg, das nennt sich Gruppeverformen. Und mit dem könnt ihr jetzt endlich alles, was ihr habt an Vektorgrafiken, sprich Boxen, Formen, Schriften, verformen. Ihr bekommt das ähnliche Spiel wie bei Adobe. Lass uns das doch gerade mal machen. Ich habe hier zwei Beispiele vorbereitet und zwar hier einmal einen Kasten, ein bisschen Text und hier natürlich eine Art Form, die wir nachbauen wollen, wo diese Schrift dann später platziert sein soll. Ich fange jetzt hier einmal mit Hello there an, beziehungsweise mit dieser Box. Ihr könnt jetzt auf diese Box klicken und dann geht ihr hier auf dieses Symbol, klickt einmal drauf und könnt jetzt dementsprechend was aussuchen, das aber im Nachgang tatsächlich auch nochmal ändern. Ich nehme in dem Fall, sagen wir mal, Bogen vertikal und ihr seht, das Ganze hat sich jetzt hier verformt. Man hat aber die Ursprungsform tatsächlich immer noch hier als Symbol. Wenn ich also nun diese Verformung gemacht habe, kann ich noch folgendes tun. Ich kann jetzt hier unter den Ebenen auf diese Gruppenverformung gehen und kann hier oben im Werkzeugmenü, hier seht ihr es nochmal, diverse Werte nochmal nachjustieren. Oder das Gitter nochmal deaktivieren, damit man die Originalform nochmal sieht. Das kann man auch noch machen, hier als Beispiel. Und ich kann jetzt dementsprechend auch den Wert hier nochmal ändern. Da müsst ihr leider mit der linken Maustaste festhalten und ihr könnt dann die Werte nochmal nachjustieren. Das Schöne ist aber trotzdem, dass ihr hier einzelne Punkte, Knotenpunkte auch nochmal anfassen könnt und könnt hier noch diverse Änderungen vornehmen. Man hat also sozusagen dieses Element einfach verformt, aber in der Basis so gelassen. Das seht ihr nämlich hier, wenn ihr auf Gruppenverformen geht. Unter dieser Gruppe seht ihr die Originalform. Jetzt ist es natürlich so, wir wollen in dieser Form vielleicht nochmal was einbauen. Das Schöne ist, das können wir, weil es ist nicht endgültig verformt, sondern wir haben es oberflächlich verformt. Können hier nur diesen Text nehmen und ich würde diesen Text hier einfach mal oben mit in die Gruppe legen. Und wenn ich den jetzt hier einfach mal reinziehe, seht ihr, es formt sich mit. Sehr, sehr geil. Das zweite Beispiel ist hier dieses Buch. Ich würde dieses Buch hier einfach mal nachformen. Wir nehmen jetzt also hier bei dem Buch einfach ein Rechteck, ziehen das mal gerade lang. So, dann würde ich tatsächlich hier die Fläche einfach nochmal füllen und die Form des Buches mal nachzeichnen mit der Gruppenverformung. Ich werde hier noch ein bisschen die Deckkraft runternehmen, damit ich auch alles sehe. Gehe jetzt hier auf Gruppenverformung. Gehe auf Vierer. Das heißt, ich bekomme vier Knotenpunkte und kann jetzt dementsprechend die Form nachbauen. Hier machen wir das einmal ganz, ganz schnell. Einmal hier, einmal da und einmal da. Ich hoffe, das ist so weit in Ordnung. Und will ich jetzt hier in diesem Kasten diversen Text platzieren, diverse Symbole platzieren, dann kann ich dies auch tun. Ich habe hier auch wieder einen Text vorbereitet. Diesen Text baue ich jetzt hier einfach ein und habe den jetzt hier in der Gruppenverformung. Hier sieht das ganz normal aus und wenn ich jetzt den Text anfange dort reinzuziehen, seht ihr, der Text legt sich, wie die Form auch gelegt ist. Ich mache den Text mal ein bisschen kleiner und ziehe mir den noch passend dahin, wo ich den hinhaben will. Und ich habe jetzt die Form des Buches. Das gleiche gilt aber auch für Symbole. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel den Stern, mache da einfach eine andere Farbe drauf, ziehe diesen Stern auch mit in die Gruppenverformung und lege den hier mit rein. Und ihr seht, die Form bekomme ich jetzt auch noch mit. Sehr, sehr, sehr cool. Falls ich dann auch wirklich das Original wieder sehen will, gehe ich wieder hier auf Gruppenverformen, gehe auf Gitter deaktivieren und habe wieder die Originalgröße. Ihr könnt aber noch viel, viel mehr machen. Ihr könnt hier nämlich nicht nur die vorgefertigten Verformungen nehmen, sondern tatsächlich auch ein klassisches Gitter. Und wenn ihr dieses Gitter benutzt, dann könnt ihr tatsächlich hier alles noch ändern. Ihr könnt hier noch Punkte einbetten, könnt hier die ganzen Gitter nochmal an sich verformen, könnt hier die ganzen Symbole verformen, wie ihr lustig seid und dementsprechend alles dahingehend anpassen, wie ihr es braucht. Kommen wir aber nun langsam zum Abschluss des Videos. Wir gehen einfach mal hier unter den Punkt FX, also Ebeneneffekte und öffnen mal das Ebeneneffekte-Fenster. Das sieht auch aus wie das Ebeneneffekte-Fenster aus der Vorgängerversion bis auf folgenden kleinen Punkt. Und zwar die Plusse. Was machen die denn hier? Das Plus ist dafür da, dass ihr nämlich jetzt zukünftig diverse Effekte im Effekte-Fenster nochmal verdoppeln könnt, übereinanderlegen könnt, duplizieren könnt. Wir gehen jetzt hier mal bei Umrandung, weil dort ist ein Plus gegeben und haben hier die Schnauze vom Hund einmal markiert. Ich klicke da einfach mal drauf und kann jetzt die Umrandung natürlich ansetzen nach außen. Und ihr seht, es umrandet sich. Wenn wir aber eine Umrandung um der Umrandung haben wollen, mussten wir in der Vorgängerversion eine Kopie der Umrandung machen oder eine Kopie des Elements und dann die Umrandung einfach dicker machen. Und das war halt sehr mühselig. Das brauchen wir jetzt nicht mehr, denn wir können jetzt hier aufs Plus drücken. Und sobald wir aufs Plus gedrückt haben, habe ich hier nochmal eine Umrandungsfunktion. Kann jetzt auch mal der Veranschaulichung wegen eine neue Farbe wählen und kann jetzt hier den Radius etwas erhöhen. So, jetzt sehen wir aber die untere Umrandung nicht. Ist auch nicht schlimm. Ich ziehe einfach mal die eine Umrandung nach oben, die schwarze. Hier unten haben wir einen kleinen Pfeil. Zack. Und jetzt haben wir nämlich zwei Umrandungen übereinander. Das gleiche gilt hier auch für Schatten, Farbüberlagen und Farbverläufe und Schatten nach außen. Auch eine sehr, sehr geile Funktion. Und wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind und haben diverse Umrandungen, haben wir jetzt eine ganz kleine neue Funktion. Die versteckt sich hier ganz unten rechts. Das ist die hier, Skalierungskorrektur. Es war nämlich so, dass wenn ihr Umrandungen skaliert habt, über mehrere Ebenen hinweg, hat das nicht so gut funktioniert. Die Umrandungen sind teils auch mitgewachsen oder sind geschrumpft. Und das können wir jetzt verhindern, indem wir hier dieses Symbol einfach mal anklicken. Es wird dann weiß hinterlegt. Und alles, was wir jetzt vergrößern oder verkleinern, zieht sich eins zu eins mit. Das heißt also auch die Umrandungen auf unterster Ebene, unter Gruppen und unter Gruppierungsgruppierungen, werden alle Umrandungen und alles das, was noch lose ist, also die ganzen Konturen, tatsächlich mitwachsen oder mitschrumpfen im gleichen Verhältnis. Richtig geil. So Leute, kommen wir aber nun mal zum Ende des Videos. Also das Update ist wirklich, wirklich gut. Aber ist es auch sein Geld wert? Für mich schon, weil ich gerne mit diesen Produkten arbeite und tatsächlich auf die einzelnen neuen Funktionen wirklich lange gewartet habe. Ich musste zwangsläufig immer wieder ausweichen oder diverse Workarounds, die ich tatsächlich auch als Video präsentiert habe hier auf YouTube, erstellen. Und ja, es ist mühselig. Und mit diesen neuen Funktionen bin ich echt überzeugt. Aber was sagt ihr dazu? Ist euch das Geld wert? Oder wollt ihr doch lieber bei dem alten Produkt bleiben und diese Workarounds nutzen? Was ist eure Meinung dazu? Oder wollt ihr gänzlich gar nicht zu Affinity wechseln, falls ihr noch nie Berührungspunkte damit hattet? Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare, denn euer Feedback ist hier gefragt. Ich freue mich immer über dieses Feedback, weil dann kann ich nämlich so ein bisschen abschätzen, wo die Reise bei ziemlich vielen Leuten hingeht. Und ich sage euch ganz ehrlich, es ist wirklich immer noch für mich die beste Alternative und auch mitunter die einzige Alternative zu den ganzen Adobe-Produkten. Ich werde jetzt nicht alle Neuerungen noch zeigen, weil es gibt nämlich noch ein paar Neuerungen in Pixel-Persona, ganz, ganz viele Neuerungen in Affinity Photo und vor allem ziemlich viele Neuerungen in Affinity Publisher. Aber das sind so Dinge, die könnt ihr natürlich auch selber testen. Oder wenn ich mal Lust habe, werde ich das eine oder andere Video dazu machen. Ich hoffe nun, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne den Kanal, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und ihr seht, ich bin lustigerweise schon wieder hier auf YouTube unterwegs. Trotz der langen Pause. Nichtsdestotrotz habe ich euch nicht vergessen. Also bleibt am Ball und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein!